Der Tübinger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann will eine junge Frau aus seinem Wahlkreis zum diesjährigen Girls' Day nach Berlin einladen. Es säßen so wenig Frauen wie seit 20 Jahren nicht mehr im Bundestag. Das müsse sich ändern, denn Politik sei kein Männerclub, so Rosemann. Vom 25. bis zum 28. März bietet die SPD-Bundestagsfraktion interessierten Frauen daher die Chance, einen Blick hinter die Kulissen der Bundespolitik zu werfen. Interessierte junge Frauen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren können sich bis zum 28. Februar 2020 unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse bewerben.